Wir befinden uns heute auf der Projektfarm in Romanat, wo Ingeborg aus Pitl gemeinsam mit Frau Mimosa Celcima ein Vorzeigeprojekt in Sachen Beschäftigung junger albanischer Menschen und zur Bekämpfung der Armut ins Leben gerufen hat. Mimosa, wie begann die Beziehung zwischen Ihnen und Ingeborg Weig? Vor Jahren, 1999, 2000, ich arbeite bei Kaffod Albania, eine Assoziation von England Caritas und ich arbeite dort als Projektmanager für Ex-Persecuted People in Durus, für Orphans in dieser Kategorie. Und so, wir haben uns alle kennengelernt, weil Austria Caritas hat Projekte mit Kaffod Albania gehabt und ich war Projektmanager. Von dieser Zeit, wir kennen uns alle. Ah, okay, eine lange Zeit. Eine lange Zeit. Und was sind die größten Efforte der Beziehung? Ah, es ist super. Alles war so super, weil wir so viel gemacht haben. Inge ist eine Person, die ihr Herz und alles für die Böse und alles für die Böse. Und so, wir haben so viele gute Dinge zusammengebracht. Zum Beispiel, wir haben Menschen, die waren ausgebildet und jetzt haben sie eine Schilder oder Orphans, um verschiedene Familien in need zu helfen, Schulen in need zu helfen. In vielen Bereichen. Sie hat hier viele gute Dinge gemacht. Ich muss in einem Wort sagen, eine Revolution in soziale Arbeit. Okay, und wenn Sie jetzt schauen, was sind die größte Probleme heute? Probleme? Probleme, die ich sehe, und von Albanien, das ist nicht so... Wir müssen in einem Netz arbeiten, ja? So, wenn jemand etwas macht, ein anderer Person oder ein anderer öffentlicher Office muss etwas machen. So, hand in hand mit dem Staat. Und ich sehe nicht diese Worte aus dem Staat. Okay. Ihr größte Wissen für die Zukunft? Ah, für die Zukunft. Ich möchte, dass Romanaht ein Center für Sociale Arbeit machen. Nicht nur für Albanien, aber warum nicht überall? Romanaht muss ein Symbol sein. Ja, danke für die Zukunft. Danke für dich. Danke für dich. Ja, danke für dich. Ich hoffe, ich habe...